Kennt ihr das auch? Ihr habt so einen Kumpel, der zahlt nie für ein Bier oder eure Pizza oder zahlt auch generell nie irgendwas. Und wenn ihr dann mal sagt, ey, irgendwie mir fehlt da ein bisschen Geld im Geldbeutel oder ich habe kein Geld mehr auf dem Konto, sagt er noch ganz trocken und ganz frech, ja musst du halt besser wirtschaften. Also ich, ich schreibe schwarze Zahlen. Ja, besser kann man Jonas Bolt nicht beschreiben, denn Jonas Bolt, der brüstet sich ja selber damit, ey Leute, nur sportlicher Erfolg, der ist in den letzten Jahren nicht da gewesen, aber immerhin haben wir schwarze Zahlen geschrieben. Wäre auch was anderes gewesen, wenn wir mal aufgestiegen wären, dann hätten wir auch mehr Gewinne geholt. Aber ey, in der zweiten Liga habe ich euch stabilisiert. In der zweiten Liga habe ich uns zu einem richtig starken Zweitligisten gemacht. Bravo Jonas! Sehr gut! Das gibt zwei Daumen nach oben von mir, dem allerechten Kick-On. Der Jonas hat sich aber diese Saison leider ein bisschen verbrannt an den Fingern und zwar, ja, davor hat der Vorstand immer alles durchgewogen, hat halt gesagt, ey Jonas, alles gut, ne, dann steigen wir halt nächstes Jahr auf, ne, baust du dir dein neues Team da zusammen, sparst dich dumm und dämlich, ist doch egal, ja, Hauptsache wir steigen wieder auf. Ach, du hast wieder den Aufstieg nicht geschafft. Ach, egal, du kriegst ja weiterhin Zeit, aber er hat sich die Boten verbrannt an Tim Walter, denn er hat viel zu lange gebraucht, um zu realisieren, dass Tim Walter nicht der richtige Aufstiegstrainer ist für den HSV, hat ihn viel zu spät entlassen und selbst, ja, die Leute, die komplett eingeschlafen sind im Vorstand, sind dann irgendwie mal hellhörig geworden oder aufgewacht und haben gesagt, ah, das war jetzt nicht die klügste Entscheidung, so lange darauf zu warten. Ich meine, ja, der war schon im Vorstand intern eben heiß diskutiert, diese Personalie, und Jonas hat ihn trotzdem nicht rausgeworfen im Winter, ja, da hat er sich nun mal die Hände verbrannt, der HSV steht auf Tabellenplatz 4, Tabellenplatz 3 ist er noch drin, aber das ist ja auch keine Aufstiegsgarantie und somit ist sozusagen fast schon klar, dass Jonas Beuth uns im Sommer verlässt, vielleicht sogar, ja, sagt er sich selber, ne, ich tue mir das nicht mehr an, ich komme mit dem Druck nicht klar oder eben der HSV sagt, Jonas, es war schön mit dir, aber wir wollen nicht mehr sparen, wir wollen aufsteigen. Jetzt bleibt aber die Frage, wer will denn überhaupt zum HSV, denn wer will zu so einem Chaos-Club, wo immer alles drunter und drüber geht, wo wirklich es nie eine ruhige Minute fast gibt, das ist wie in Schalke auch, das ist der Wahnsinn, dort zu arbeiten, deswegen brauchen wir auf jeden Fall erfahrene Männer, die nicht irgendwie dem Druck erliegen, sondern Leute, die richtig Ahnung haben von der Branche, deswegen schlage ich mich auch einfach mal vor, ne, ihr könnt gerne mal den HSV anschreiben, Kick-On wäre gerne euer Sportdirektor, ich würde richtig Barber-Transfers wirklich verpflichten und würde das Geld sowas von rausjallern von Kühne, ich würde sogar mich bücken, ich würde alles machen, nein, Spaß beiseite, hier kommen meine, ja, Sportdirektoren, die sogar gehandelt werden, zwei Namen sehr, sehr heiß diskutiert, kommen wir zu dem ersten, Jörg Schmadtke, ist wahrscheinlich euch allen ein Begriff, der schon mal Fußball, ja, geguckt hat, man hat ihn jahrelang beim VfL Wolfsburg als Sportdirektor gesehen, seine Transfers fand ich jetzt nicht so stark, aber unter ihm hat Wolfsburg wenigsten mal, ja, die Champions League Quali geschafft, das muss man ihn anrechnen, aber für diesen, ja, Batzen von Geld hätte einfach viel mehr rausspringen müssen und ich fand seinen Transfers jetzt auch nicht so gut, aber er bringt natürlich eine Riesenerfahrung mit für den HSV-Job und wer weiß, vielleicht kann er uns ja wirklich einen guten Kader zusammenbauen, das Geld zu verbrennen, damit hat er wahrscheinlich keine Probleme, war ja auch zuletzt beim FC Liverpool eben im Amt, ich glaube nur für ein halbes Jahr, aber immerhin, ey, da steht in seiner, in seinem Lebenslauf drinne und da würden wir einen sehr, sehr erfahrenen Mann in unseren Reihen begrüßen können. Kommen wir also zum zweiten Namen und ja, der Name, der müsste auch jedem ein Begriff sein, wollte ja damals auch zum FC Schalke 04, aber da war, da war viel zu viel Chaos und da hat er gesagt, nee, 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 den Druck mache ich mir nicht. Er hat ja auch schon einen Burnout gehabt, also kann man ihn nur verstehen, deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass er, wenn er beim HSV anfängt, nicht nach zwei, drei Monaten sagt, boah, ich bin mental am Ende, wirklich. Die Rede ist von Ralf Rangnick, hat ja bei Salzburg einen super Job gemacht, bei Leipzig einen super Job gemacht, ist ein Mann, der hat so viel Wissen in sich, war bei Manchester United, trainiert derzeit die Nationalmannschaft von Österreich und das richtig, richtig stark. Also ja, deswegen bleibt abzuwarten. Sein Vertrag läuft noch bis 2026, die Euro wird er hundertprozentig noch zu Ende spielen und dann wird sich zeigen, ob Ralf Rangnick Bock hat für den HSV, ob man ihn eben überzeugen könnte. Man weiß ja, Ralf Rangnick will die absolute Entscheidungsgewalt immer, will komplett viel Macht und der HSV, ja gut, das ist halt das Ding. Gibt er den Ralf Rangnick so viel Macht? Ich denke mal nicht, aber das wäre eine Personalie, die würde uns auf jeden Fall helfen. Also Ralf Rangnick, wenn er denn richtig Bock hat, wenn man ihm wirklich sehr, sehr viel Macht gibt, ey, komm, gib ihm, gib ihm ja. Der nächste Name auf meiner Liste, ja, der auch ein bisschen gehandelt wird oder genannt wird, ich glaube, es werden einfach alle Sportdirektoren so genannt, die gerade vereinslos sind, es ist einfach Freddy Bobic. Um Gottes Willen nicht, um Gottes Willen nicht. Also der hat ja wirklich bei Hertha einen desaströsen Job gemacht, den will ich gar nicht sehen. Der sieht für mich schon aus, wie so ein Gesicht zum Scheitern verurteilt. Ich sehe uns eigentlich unter ihm im Abstiegskampf. Ich weiß, bei Frankfurt hat er ja gute Arbeit geleistet, ja. Aber da glaube ich auch, da waren eher solche Hintermänner, eher dafür verantwortlich als ein Freddy Bobic. Also um Gottes Willen, um Gottes Willen, wirklich Freddy Bobic, niemals würde ich den nehmen. Niemals, niemals, nee. Der letzte auf meiner Liste, ja, der ist auch wohl bekannt, war beim FC Bayern München, wurde er ja entlassen mit Oliver Kahn zusammen. Nein, die Rede ist nicht von Oliver Kahn, sondern Hasan, Salihamidzic. Ja, der natürlich sucht immer noch eine neue Herausforderung, sucht einen neuen Verein. Ich glaube nicht, dass der HSV wirklich Chancen hat, denn Salihamidzic will natürlich einen Verein haben, der erstens mal schon in der obersten Liga spielt und dann auch noch ein üppiges, ja, Transferbudget besitzt, wo er sich sehr, sehr austoben kann und natürlich ein Verein, der eine riesige Strahlkraft hat. Ja, klar, der HSV hat auch eine riesige Strahlkraft, aber er meint das eher so international gesehen. Er will auch in der Champions League eben vertreten sein mit seiner Mannschaft dann. Ich glaube, Hasan, Salihamidzic wäre cool, also würde ich auch richtig befürworten, denn bei Bayern hat er eigentlich einen ganz guten Job gemacht, wie ich finde. Klar, die Julian Nagelsmann-Entlassung, man weiß jetzt nicht, auf welchen Kopf der so richtig gewachsen ist. Er auf Kahn, denke ich mal. Aber trotzdem, ein Salihamidzic hat auch sehr gute Transfers getätigt bei den Bayern. Deswegen, ich würde, ich würde ihn auch nehmen. Also alle, die ich in diesem Video, ja, besprochen habe, würde ich nehmen, außer Freddy Bobic, um Gottes Willen. Nein, 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 aber wie seht ihr das? Denkt ihr, ja, Jonas Bolt wird weiterhin unser Sportdirektor bleiben und er sagt, ja, ach, der wird gehen. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, welcher von denen oder vielleicht andere Namen, ja, was denkt ihr? Wer wird unser neuer Sportdirektor? Aber ich würde, ich bin gespannt, was da für Namen kursieren werden, weil ich bin komplett fasziniert, dass solche großen Namen gehandelt werden noch beim HSV. Aber wie gesagt, vielleicht ist das nur Wunschdenken. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo und wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.